Jetzt bei dem Dump habe ich zum Beispiel spekulativ Internetcomputer, wo er ein bisschen drunter noch war, wo er bei 4 noch was war. Da habe ich ein bisschen eingekauft. Warum? Ich finde das Projekt klasse. Das ist kein Puppecoin, da steckt kein Müll hinter oder sowas. Das ist ein starkes Team, wollen in Richtung Web-Free gehen, bessere Anwendungen bringen, zensurfreies Internet und all das Ganze, was sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe einen Augenblick, der ist bei 5 Dollar. Sollte er jemals einfach nur sein All-Time-High von 500 noch was erreichen, haben wir eine 100 Axie dran. Da habe ich mir einfach gedacht, okay, Mann, was schadet es denn? Wir sind schon so tief gefallen. Kann es weiter runtergehen? Es kann immer weiter runtergehen. Aber wir haben schon einen sehr, sehr starken Dump erlebt und ich bin der Meinung, dass dieser Dump, angefeuert von den ganzen Teammitgliedern, von den Beratern, von den Partnern, die die Coins kostenlos geschenkt bekommen haben, ist schon durch. Ich denke mal, all die haben ihre Coins schon in den Markt gedumpt und jetzt ist die Liquidität raus und jetzt müssen wir sehen, wie es in Zukunft weitergeht. Darum bin ich der Meinung, wir sind schon in so einem Bodenbereich drin. Ob es jetzt der absolute Tiefpunkt ist, das weiß ich nicht, das weiß niemand, aber wir sind schon ziemlich weit unten. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, schadet es denn, schadet es denn. Da kann man doch spekulativ mit ein bisschen Geld reingehen. Da habe ich gesagt, okay, dann nehme ich von unserem gesamten Budget einen kleinen Teil und tue es mal einfach rein. Wollen wir mal sehen. Wenn das allein irgendwann auf seinen All-Time-High-G hast du 100x gemacht und wenn nicht, der wird sowieso steigen. Der wird sowieso steigen. Der ist nicht umsonst in den Top 100 hier drin. Ja, da bin ich dann bereit, Geld reinzutun. Warum? Weil das Projekt letztendlich kein Pupukoin ist. Und wenn ich überlege, warum hast du das gemacht? Nur aus Gehe bezogen, dass es eventuell hochgehen kann und du das mitnehmen willst. Nun, was, wenn nicht? Was, wenn nicht? Nun dann, wie begründe ich mir das dann später? Ja, hast einfach versucht, dachtest du, hättest du, würde? Nee. Das ist aber eine persönliche Sache. Ich bin der Letzte, der sich da hinsetzt und du jetzt in so einen Shitcoin reininvestierst, in so einen Pupukoin letztendlich. Und der geht durch die Decke und du machst deine Millionen damit. Da bin ich der Letzte, der sagt, finde ich trotzdem schlecht, was du da gemacht hast. Nein, hey, du hast gewonnen. An dem Moment, wo du mit einem Riesengewinn da rausgehst, hast du diesen Markt gewonnen. Fertig. Das ist der Maßstab, an dem man dich messt, am Ende halt. Und da bin ich der Letzte, der dann sagt, ja, du hast nur mit so einem Pupukoin Gewinne gemacht. Boah, für mich bist du nichts. Wem interessiert es? Du hast Gewinne generiert. Das ist das Wichtigste, wenn du in so einen Markt reininvestierst. In jeder unserer Videobeschreibungen unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.